Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Immobilienvideo, heute mit Baby. Wir sind heute in Baden und schauen uns hier gemeinsam eine Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung an. Kommt weiter, wir sind hier im Wohnzimmer, Wohnküche, sehr schön groß. Es ist jetzt Mittag und man sieht, wie schön hier die Sonne hineinfällt. Es gibt zwei Terrassen, die südseitige Terrasse liegt schon in der Mittagssonne. Und jetzt schauen wir uns die westseitige Terrasse an. Dir gefällt es auch, stimmt's Schätzi? So, jetzt schauen wir uns das Badezimmer an. Das Badezimmer verfügt über Badewanne und Dusche. Und hier ist dann das Schlafzimmer. Hier sieht man schön den Echtholzparkettboden, der ist wunderschön. Und die Wohnung verfügt über eine Fußbodenheizung. Einen Abstellraum gibt es auch noch und im Haus gibt es eine Tiefgarage. Alle Informationen stelle ich euch wie immer in die Infobox. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mal schauen, ob ich das Baby dann wieder mitnehme. Ja, bitte! Ne? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020